Der Ausgangspunkt war ja ein Interview im Flieger auf dem Rückflug eines Besuchs bei unseren Bundeswehrsoldaten in Afghanistan. Und in diesem Interview habe ich gesagt, auch auf der Grundlage, dass ich ein Weißbuch der Bundesregierung, das sie im Jahr vorher herausgegeben hatte, dass ein so außenhandelsabhängiges Land wie Deutschland natürlich auch Vorstellungen haben muss, sicherheitspolitische Vorstellungen zu Wirtschaftsbeziehungen und Handelswegen im Ausland. Mein Interview und diese Äußerung kam auch zustande auf der Basis eines Besuchs in Djibouti im Jahr 2004, wo ich Bundeswehr-Marine-Einheiten besuchte, die damals im Rahmen einer multilateralen Mission, die sich, glaube ich, Enduring Freedom nannte, beauftragt war, Terrorkräften entgegenzutreten und aufzuspüren. Das fand ich legitim. Das war der Hintergrund meiner Äußerung. Diese Äußerung mag der eine oder andere als missverständlich empfunden haben. Kann ich nicht ausschließen. Sie waren sicherlich im Nachhinein gesehen nicht perfekt. Aber es konnte überhaupt kein Missverständnis geben, dass ich mit meinen Äußerungen nicht Bundeswehr einsetzen ohne Mandat der Verfassung und des Beschlusses des Bundestages sozusagen damit meinte. Es konnte auch überhaupt keine Missverständnisse geben, dass ich damit nicht Kanonenbootpolitik das Wort redete. Eine Qualifizierung, die wir aus dem Vorfeld des Ausbruchs des Ersten Weltkriegs kannten. Diese Art von Kritik fand ich in ihrer Dimension als nicht nur total ungerechtfertigt, sondern maßlos, unaufrichtig und unanständig. Und sie kam ja nicht irgendwie aus der Presse, sondern diese Art von Kritik, diese Formulierung kam von führenden Vertretern der im Deutschen Bundestag vertretenen Parteien. Ich musste natürlich dann überlegen, was macht der Bundespräsident, der ja auch einer der Hüter der Verfassung ist, mit dieser Art der Kritik. Konnte er überhaupt noch glaubwürdig sozusagen seine auch Rechte und Pflichten der Prüfung zum Beispiel der Verfassungsgemäßheit von Gesetzgebung nachkommen, wenn das halbe Parlament der Ansicht ist, der Bundespräsident, der agiert hier neben der Verfassung oder außerhalb der Verfassung und die andere Hälfte des Parlaments sagt dazu gar nichts. Das beschäftigte mich dann doch sehr und ich dachte, dass nach meinem Verständnis der Rücktritt die richtige Antwort ist auf diese parteitaktisch, parteipolitisch überdimensionierte Kritik. Ich wollte einfach nicht akzeptieren, dass man so leichtfertig den Grundkonsens, den es ja in der Bundesrepublik Deutschland immer gegeben hat, dass der Bundespräsident nicht den parteitaktischen Alltagsgeschäft unterworfen ist und unterzogen wird, dass dieser Grundkonsens einfach gebrochen wird und man wieder zur Tagesordnung übergeht. Ich glaube, dass das dem Amt des Bundespräsidenten auf Dauer geschadet hätte. Deshalb habe ich die Schlussfolgerung gezogen, ich muss zurücktreten. Mir war natürlich dann auch klar, das wird keine ruhige Stunde sein. Nach dem Rücktritt würde wahrscheinlich ein Scherbengericht über die Person Horst Köhler dann erfolgen. Ich denke doch, dass ich das aushalten müsste, aus Interesse und Pflichtgefühl gegenüber dem Amt. Natürlich wusste ich auch, dass viele Menschen, die ja Zutrauen zu mir hatten, Vertrauen, dass ich sie damit enttäuschen würde. Wissen Sie, das schmerzte mich damals und das schmerzt mich heute noch in gewisser Weise. Ich kann aber auch sagen, genauso viele Menschen haben wir uneingeschränkt ihre Zustimmung sogar zu meiner Entscheidung mitgeteilt. Das macht es mir nicht leichter, über die traurig zu sein, die enttäuscht waren. Aber so ist der Ausgang dieser Diskussion und dieser Entscheidung gewesen. Heute hoffe ich natürlich, dass meine Entscheidung doch dazu beiträgt, dass man darüber nachdenkt, über die politische Kultur in unserem Lande. Dass man darüber nachdenkt, was Respekt heißt, was Wahrhaftigkeit in der Politik bedeutet. Das war einer sozusagen der für mich internen wichtigsten Richtschnuren für mein eigenes Verhalten, meine eigene Meinungsbildung, Wahrhaftigkeit in der Politik. Ich hoffe, das hat doch einen Niederschlag in dieser Diskussion. Und ich denke, dass sich in dieser Diskussion auch die Medien selber einbringen sollten über Respekt und Wahrhaftigkeit in der Politik. So könnte dann doch was Gutes noch draus werden, wenn auch mit etwas Zeitverzögerung.